Untertitelung des ZDF für funk, 2017 John hat nicht die tröstende Hand, die ihm helfen will. Was bist du nur für ein Mensch? Ich bin Holzfäller. Zurzeit arbeite ich was anderes. Damit endet die Geschichte von unserem glücklichen Dorn. Man soll den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich muss dir sagen, das Schicksal hat uns wirklich bös erwischt. Spielen wir wieder Karten, so wie früher. Meine Seele ist zerstört, ich denke übers Sterben nach, aber sonst ein toller Vorschlag. Was ist Liebe? Wie schön und aufregend diese Welt auch immer wieder ist. Es gibt noch vieles zu entdecken. Nun, da die Männer alles ruiniert haben, werden wir in der Stadt ein neues Leben anfangen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020